Was geht's ihr lieber Leute? Hier ist wieder Crush Rodifick 89. Zurück bei Let's Play Sonic Mania. Jetzt haben wir es auch mit Tails durchgeschafft. Und damit steht nur noch einer aus. Knuckle Boy. Ja. Das wird also jetzt das letzte Drittel des Let's Plays werden. Und ich würde sagen, wir starten nun durch. Oh, ein anderer Anfangskatz. Das erinnert mich an Sonic & Knuckles. Er bekommt auch mit, dass irgendwas abgeht. Ja, da wird der Time Zone im Fürth und der wird davon ausgenockt. Oh mein Gott. Ja. Und findet sich in der Green Hill Zone wieder. Und starten wir jetzt durch mit Knuckle Boy. Und ich glaube, der Unterschied ist bei dem, dass er nicht so hoch springen kann wie Sonic & Tails darf er aber gleiten. Und wenn er beim Gleiten, beim Gleiten kann er natürlich, wie ihr sehen könnt, auch Gegner vernichten. Und nebenbei noch an Steinwänden hochklettern. Oh, er rutscht dieses Mal runter, statt dass er einfach nur so runterklettert. Das sieht nice aus, diese neue Animation. Gefällt mir. So, aber ich muss mal gucken, dass ich auch hier... ...dass er auch hier die Special Stage finden kann. Weil, mit Knuckles muss ich jetzt nur noch die Special Stages kriegen und dann war's dat. Oh, dat war knapp. Ja, ich glaub, das hier ist eine exklusive Stelle für Knuckles. Oh, yeah. Da ist schon der erste Special Stage Ring. Sieht echt nice aus hier. Also, Knuckle sieht echt nice aus. So, bloß nicht die Ringe vergessen. So. Wir werden wieder etwas schneller. Naja, die habe ich leider übersehen, aber was macht nichts. Nach zwei reicht schon alleine aus, um ihn zu kriegen. Wir haben ihn schon fast einmal hier abkürzen. Naja, das war leider nicht möglich. Egal, den holen wir schon noch auf. Wir holen ihn schon noch auf. Wir sind schneller als das UFO. Ohne Zweifel. Und, ja. Das konnten wir deutlich unter Beweis stehen. Chaos Emerald Number One. Don't bother. So. Damit hätten wir schon die erste durch. Ich bin mal gespannt, was passiert, wenn wir wirklich dann auch mit Tails, also mit Knuckles das Spiel durch haben. Und noch dazu alle Chaos Emeralds. Ich bin mal gespannt dann auf das Ergebnis. Au. Die Starren ist ihm jetzt gar nicht aufgefallen. Da hätte ich besser aufpassen müssen. Aber jetzt kann ich auch nicht mehr mit ihm fliegen. Ich muss mich ja auch allein auf seine Kletterfähigkeiten verlassen. Und trotzdem aber lässt sich ein bisschen geschickter vorgehen. Hm. Hier geht's dann unter Wasser. Ja, ja. Etwas, was, glaube ich, in der Green Hill Zone nicht möglich war. Damals. In der damaligen. Hm. Sollen wir mal hier hochzukommen? Ein Extra-Leben. Das ist nicht mehr. Ups. Ja, auf Kosten meines Schildes. Wo kommen wir denn hier rauf? So, hier können wir nämlich das hier wegburnen. Das hat uns eh nur unnötig genervt. Ja. Das ist ein nettes, kleiner, kleiner, kleiner zusätzlicher Effekt. Ups. Ach, Mann, eh. Okay, ich hab's gemerkt. Da hätte ich da hochgemusst an der Stelle. Was soll's. So. Ja, jetzt wird... Damit muss man sich hier auf Knuckles Kletterfähigkeiten verlassen. Hm. Steckt da irgendwas? Nö. Ja, das hab ich ja schon. Ich kann auch unter Wasser weiter, wenn wir wollen. Hm. Ja, und er kann einfach nur mit... Allein durch Berührung diese... ...Felsen hier zerstören. Ja, und Sonic und Tyson Spindash benötigen. So stark ist der gute Knuckleboy. Ja. Er braucht dafür nicht so extrem bulky aussehen, wie... Er hat sein... Boom-Kennen-Stück... Äh... Boom-Gegen-Stück, wollte ich sagen. Nee, ohne Scheiß. Aber schade, man hat nicht hier die Schwimm-Animation hinzugefügt, so wie es, äh... Glaub ich, in... Anderen Sonic Games der Fall war. Moment, komm ich etwa nicht mehr hoch? Das wär aber jetzt nicht gut. Ach, komm schon. Sag mir nicht, dass ich jetzt nicht mehr... Oh, Moment, das müsste ich doch... Hau ruck. Nein. So, jetzt aber komm, komm, komm. Ja! Man muss nur geschickt genug vorgehen und dann kriegt man das hin. Ich glaub, ich mach oben weiter. Weil unter Wasser gefällt es mir nicht so wirklich. Ich hoffe, das bereue ich nicht, dass jetzt unter Wasser tatsächlich die Special Stage gewesen wäre. So, und schon kommen wir an diese Stelle hier. Das war bislang nur etwas für, äh... Sonic und Tails, nehm ich mal an. Wenn man unten dann geht, gab's dann irgendwo noch eine weitere Special Stage. Ganz unten. Ich glaub, ich überspringe ein bisschen zu viel vom Level. Das gefällt mir gar nicht. Ich brauch noch ein paar Special Stages. Es gibt ja insgesamt fünf, wenn ich mich nicht täusche, in der Green Hill Zone. Ich glaub, ich werd nicht alle finden, aber zumindest ein Großteil wär schön. Und ich glaub, es fehlen noch sieben Special Stages, die ich alleine bestehen muss. Wenn ich mir nicht, äh... verzählt habe. Als ich nachgeguckt habe. Sieben Special Stages müsste ich noch schaffen. Mindestens schaffen. Ganz ruhig, Mann. Wow. So. So. Schön die Ringe aufsammeln. Ach. Verdammt noch mal. Ich krieg das nie auf die Reihe, oder wat? Mann, verschwinde doch. Ich hab's ja befürchtet. Und trotzdem bin ich so blöd gewesen, weiter zu klettern. Ach, das... So nicht zu fassen. Ein dämlicher Motorback hat mich... Lass verdorben. Das will ich hier hoch. Ich will jetzt in aller Ruhe erkunden. Kostet es, was es wolle. Warte mal. So ist schon. Viel besser. Und rüber. Und rauf da. Und gut. Ich glaub, da müsste ich jetzt eh hier nach oben. So. Und wir machen erst mal das Elektroschild mit. Ja. Du bist ja so anziehend, mein... starker Kumpel. Hui. Und hier lohnt es sich gerade, das einzusetzen. Ja. Und hier machen sich deine... Gleitkünste bezahlt. Aber immer oben lang. Ich weiß nicht, ob das auch was bringt. Weil das ist natürlich auch nicht leicht so... fertig zu kriegen, aber... Trotzdem sehe ich da wirklich... Glaub ich wirklich, dass ich hier zu viel überspringe. Aber deutlich zu viel. Ach, come on. Ich komm da nicht mehr zurück. Und bitte, ich hoffe, das geht jetzt nicht zum Miniboss. Ich hab erst eine einzige Special Stage. Und ich weiß, es gibt... mehr im ersten Act. Hier zum Beispiel war doch auch einer, oder? Ungefähr an der Stelle. Ach, jetzt durch den Normalstil, das ist jetzt... Und wie dumm bin ich denn? Ha. Ach so, das ist eine Unbesiegbarkeit. Egal. Sei es drum so. Nächste Blue Spheres. Let's see that. Die hier. Diese etwas... Eigenartige. Mit so vielen... blauen Kugeln, ey. Okay. Uh. Aha. Okay, den Trampolin folgen. Ich vertraue denen mal. Hä? Hä? Nice one. Okay, nur noch vier Ringe. Ähm. Da. Hauok. Alte Schwede. Jetzt aber. Jawohl. Wow. Da wäre ich beinahe. Das wäre beinahe schiefgehe laufen. Jetzt bloß. Keine Fehler machen. Yes! Yes! Perfekt! Gold, baby! Nur noch sechs Special Stages. Also sechs Blue Sphere Stages, würde ich sagen. Ach komm schon. Im ersten Act nur eine einzige Special Stage. Ich könnte mich mal, ey. Ja, ja. Hüpfne viel wild herum. Das bringt eh nichts. Ich kenne bereits seine miesen Tricks. Und Tschüsskowski. Act One durch. Hau. Aber kaut und Faust zeigen. Nice one. So. Okay, in Act One muss ich jetzt mehr Special Stages finden. Ernsthaft. Das muss jetzt zu schaffen sein. In der Zwischenzeit kenne ich ja die Special Stages und weiß ja, wie sie ablaufen. Ich hatte ja mit Tails wirklich weniger, weitaus weniger Probleme sie zu kriegen. Also sie zu schaffen. Also müsste ich das jetzt auch mal mit Knuckles hinbekommen. Aber wirklich, der Ablauf mit Knuckles ist jetzt echt ernsthaft anders. Ist ja wie bei Sonic 3 und Knuckles. Und das finde ich cool. Dass es jetzt exzessive alternative Wege für ihn auch gibt. Noch mehr Originalität. Yes. Boah, dementsprechend müssen dann auch die Special Stage Ringe anders verteilt sein. Dann weiß ich nicht, wo ich sie finden kann. Na ja. Erstmals weitere Blues Feals kriegen. Jetzt ist wieder die hier. Na ja. Aber an sich. Hat das bislang ganz gut geklappt. Der einen. Ich war schon positiv überrascht, wie das klappen konnte. Oh Mann. Diese. Soll ich die vielleicht auslassen? Ja, jetzt ist es zu spät. Ich habe sie bereits gesammelt. Hoffentlich sieht das nicht auf den Ringrang aus, wenn ich auf den es abgesehen habe. Ne, eigentlich nicht, weil die Ring, glaube ich, man sieht, könnte ich nur so bekommen. Und dabei mussten einige blauen Kugeln noch vorher übrig bleiben. Ach, come on. Ups. Falsch rum. Aha. Ich hatte dich im Visier. Dann muss ich nur hier hoch. Ich nutze halt die Gelegenheit. Kommt mir die bekannt vor? Wow. Kann es gerade nicht sagen. Weiß nicht, ob ich es möglich wäre, hier auch noch Ringe zu erschaffen in der Situation hier. Ich habe mir bloß die Ringe her. Noch mehr Ringe her für mich hierher. So. Dala. Ich hoffe, dass das mit dem schnellen Tempo noch gut gehen kann. So. Wo war eigentlich hier das Problem? Das Problem ist hier, was zu finden. Ach. Na, okay. Nur keine Panik. Du schaffst es irgendwann schon noch. So. Zweite Special Stage. Und ich hoffe, eine dritte werde ich dann auch noch mindestens hier irgendwo finden. Boah, ich bin schon ziemlich nah mit dem UFO dran. Und im Augenblick bin ich leider nicht so schnell wie es. Das Einzige, was ich tun kann, ist hier laufend Ringe einsammeln. Und die Plus-4-Kugeln. Oh yeah. Jetzt aber. Jetzt schnappe ich es mir. So, jetzt habe ich es dann gleich. Ups. Ja, es hat sich nochmal anders überlegt und dreht jetzt um. Jetzt bin ich ultra schnell. Ich komme. Bereit oder nicht? Da bitte ich es mal da ab. Flix ist Ufo. Deine Tricks wirken nicht mehr länger bei mir. So. Ich hab dich. Haha. Nummer 2. Vielleicht schaffe ich diesmal alle einen First Try. Wir werden sehen. Weil die meisten anderen habe ich ja mit T-S geschafft. Nur beim 4. hatte ich meine Probleme. Okay. Dass ich zumindest noch eine einzige Special Stage irgendwo finden kann. Das wäre nice. Irgendwo unter Wasser gibt es, glaube ich, da noch ein oder zwei. Oder gegen Ende. Oh. So. So. Feuerschild. Hm. Die Brücke ist jedenfalls feuerfest. Das merke ich. So. Oh je, diese hier. Boah, da muss man sehr schnell sein. Und man darf auch nicht zu lang gleichzeitig drücken. Das wird, glaube ich, hier in den Abgrund, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Da nicht runterfallen. Ja, und das Trampolin ist ja auch ganz gut aufgestellt hier. Ich glaube, hier muss ich es irgendwie schaffen, unter Wasser zu kommen. Weil ich glaube, da gibt es einen Special Stage Ring. Aber wie komme ich da runter? Hm. Ich glaube, hier in der Nähe irgendwo ist was. Aha! Nice one. So, wie ich es gerne habe. Oh. Ey, könnte ich das schon... Ich habe sie... Eine keringe Schwierigkeit kriegen. Natürlich nicht. Verdammt, ey. Diese blöde Wand. Das hätte so geil gepasst. Naja. Man kann nicht alles haben im Leben. So, jetzt aber. Jetzt kriege ich dich aber. Oh. Oh yeah, Baby. Dritter Chaos-Emily. The light is mine. Nice one. Oh yeah, Baby. Wer ist der Bringer? Ich bin der Bringer. Okay, ich halte mich ja zurück. Wer angibt, der fällt... Der fällt sehr schneller auf die Nase, als er lieb ist. Hm. Ich will vielleicht da hoch. Ich will vielleicht da nach oben, bitte. Jawohl. Das sieht interessanter für mich aus. Hm. Ach das. Hm. Einfach nur konzentrieren und im richtigen Moment springen. Dann passt das schon. Das ist doch eigentlich ganz einfach. Es muss nur der Sprung passen. Denn es sieht so aus, als wäre es immer nur dasselbe. Immer nur dasselbe Ablauf. Es geht immer nur hin und her. Und er sieht aus, als wäre... Ich bin zu blöd. Ich bin zu dumm und dämlich. Oh nein. Ach. Ich hätte bloß... Ja. Das ist die Strafe für meinen schlechten... Gesangstalent. Oh shit. All diese Ringe ja im Wasser. Das sieht so an... Das sieht so interessant aus für mich. Ich glaube hier irgendwo war auch einer. Aber mich messe ich ja wo genau. Aber hier irgendwo unter Wasser war auch einer. Könnte mich irren. Oh nein. Es fährt eh schon zum... Na gut. Dann halt drei Special Stages. Oh je. Den muss ich irgendwann mal hinter mir bringen. Ah. So. Macht man dat. Nein. Oh. Du dumm Dödel. So kommt wieder der... Ja. Der Death Egg Robot. Dumm. Na komm her. Ah. Geht er weg. Gib mir jetzt keine Bombe. Los, lass deinen blöden Arm gegen mich ein. Alter Schwede ist der ja schnell. Ja, jetzt wird er auch schneller. Verdammt eh. Okay, das wär's zum Glück. Okay, liebe Leute. Dann war's das dann mit diesem Part. Und wie immer, wenn's dir gefallen wusste, Daumen nach oben. Dann sind wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Also seid gespannt. Klickt wieder rein. Euer Crush for the Fig 89. Bis zum nächsten Part von Let's Play. Knuckles Mania. Also auf Wiedersehen und Tschüss, Leute. Bis zum nächsten Mal.